Und dann noch mehr! Ja, Servus! Heute sind wir im Kaisertal hinten. Grüße Nauer herunter. Wir wollten eigentlich bis zur Grüße Nauer Alm hinten fahren. Leider ist die Vogtsstraße, die Mautstraße noch zu. Jetzt dürfen wir über einen weiteren Wanderweg, über die Leute hinten gehen. Es sind eh ein paar Leute auch auf dem Weg. Und unser Ziel ist die Fritz-Plaum-Hütten, beziehungsweise dann vielleicht noch weiter aufs Kleine-Törl oder aufs Günger-Törl. Das wird sich dann auszerstören. Schauen wir mal. Und das ist ein bisschen, bisschen gefeiert. Aber noch ein bisschen. Minus 18 Grad. Ganz spannende Temperaturen. Dann geht's! Jetzt sind wir 40 Minuten gegangen. Dann sind wir mit der Viehfahrer einfach vorbei. Von hinten sieht man es eh noch. Ja, und jetzt haben wir da das bergige Panorama. Das sieht man jetzt nicht ganz gut da drauf. So, festgefilmt. Ja, schauen wir mal. Ein paar Leute sind vor uns. Hoffen wir, dass wir uns bei den Schatten ein bisschen auslösen können. Da ein bisschen alles anzapfen. Dann schauen wir mal. Weiter geht's. Also, jetzt haben wir kurz vor einem Holzlagerblatt zugekommen. Für die Fritz-Plaum-Hütten. Da schauen wir eigentlich nicht mehr vorbei gehen, dass wir halt ein paar Scheitle mitnehmen, dass die Leute oben auch da sitzen. Wenn man oben schlafen, nein, hat es noch keiner warm. Ist eigentlich so der Brauch. Und dann schauen wir, dann haben wir uns halt an. So, jetzt sind wir ungefähr 2 Stunden auf dem Weg. Wir müssen noch ungefähr 300 Höhenmeter machen bis zur Witz-Plaum-Hütten. Und dann sehen wir eh schon, wie es die anderen bei der Rinne geht. Und dann werden wir uns entscheiden, was wir dann. Oder Nicole? Ja, schauen wir mal. Ja, dann geht's wieder weiter bei der Gau. Wetter ist auch ein Traum heute. Ja, da vorne ist es. Gewaltig. Das ist jetzt kein Klaufer. Ich glaube, jetzt muss ich meine Finger mal irgendwo ins Bock her als Schirm, dass die wieder halbwegs auflauen. So, jetzt sind wir oben angekommen. Im Hintergrund sieht man hier. Im Hintergrund sieht man diese Pflaum-Hütten. Wir haben jetzt gesagt, wir gehen nicht mehr weiter, weil es, ja, ganz schön noch ein Stück her war und es passt jetzt darum auch ganz gut. Wir sind in der Sonne. Ja. Das ist eigentlich eh das einzige Stück her. Da hinten geht schon wieder der Schatten los. Da haben wir es gut erwuschen. Ja, nein. Da hinten sehen wir jetzt eben die Ackerl-Spiez und die Maug-Spiez. Dann gab es auch das schöne Wetterfensterl. Das Gauinger-Troll und das kleine Troll. Sehen wir jetzt nicht. Das war da dahinter. Da sind jetzt die anderen Gruppen, was wir heute offen haben und gesehen haben, die sind da hinten hochgegangen. Da sind die Bedingungen heute sicher gewaltig. Wir werden jetzt auch da wieder hinten runterfahren. Und da haben wir schon die Abfahrer, die uns entgegenkommen sind, hat schon ausgeschaut, als ob es gut funktionieren würde heute. Freimundschafts runterfahren. Wenn ich da noch ein paar nette Videos mache. Dann schauen wir, da geht es bergabwärts. Про-ickerman, verkligen wir. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. So, jetzt haben wir es wieder geschafft, jetzt sind wir wieder da. Ich weiß nicht, was uns gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen lassen, dann haben wir noch umgegangen.